So, hier sind wir jetzt im Thai-Restaurant. Das ist auch mit inklusive, hier muss man sich nur auch vorher anmelden und jeder hat hier einen Aufenthalt auch frei einmal hier essen zu können. Das ist ein à la carte Restaurant, das heißt es wird super schön hier serviert und man kann wirklich abends auch den Ausblick hier direkt wieder aufs Meer genießen. Einfach wirklich traumhaft schön. Man sollte sich nur bei Zeiten hier anmelden.